So, herzlich willkommen zum 8. Dezember. Ein kleines Let's Show habe ich vorbereitet, mehr oder weniger. Ritchie ist im Hintergrund. Der sieht nicht, was wir machen, der hört nur, was ich sage. Etwas verspätet. Was? Das Video. Ja, etwas spät, tut uns leid, aber ja, geht halt nicht immer pünktlich. Also ist ja noch pünktlich, nur halt ein bisschen spät abends. Egal. So, ja, ähm, kleines Let's Show. Ähm, ich sag einfach mal, was es ist. Und zwar habe ich eine kleine schwebende Landschaft, oder? Kann man es so nennen? Ja. Gebaut. Dach. Sieht noch etwas unspektakulär aus. Aber wenn ich so ein Stückchen rumfliegen... So, ähm, zu der Wand kann ich auch noch schnell was sagen. Ähm, die ist da, weil dahinter steckt sich was anderes, was ich gebaut habe. Und das werdet ihr später noch sehen. Und damit ihr das jetzt noch nicht seht, habe ich einfach mal schnell eine Wand gezogen. Stein für Stein eingesetzt. Ja, natürlich, natürlich. Voll die Erde abgebaut. Ist natürlich klar, ne? Ja. So, ja, ja. Hier, halt schön so, geht hoch, oben ein großer Baum drauf, kleiner See, mit alten Ruine, überall die kleinen Wasserfälle runter. Ja, ähm, was ganz schick vielleicht noch ist, ist das Ganze bei Nacht. So. Das war... Ist überall close down versteckt, den man manchmal an manchen Stellen sieht, manchen aber auch nicht. Dann sieht das Ganze so aus. Ich kann es auch noch mal von oben zeigen. So, zwei kleine Seen. Der hohe Baum an der Spitze. Ruine. Unten drunter. Ah, wie schön. Ist auch close down. Und ja, so sieht das Ganze von unten aus. Schön beleuchtet. Ja. Ja, es gefällt mir auch sehr gut, jetzt, wo ich es gerade so sehe. Das muss ich schon sagen. So, ja. Das war es eigentlich schon für heute. Und ich würde sagen, ähm, ja, äh, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder am 9. Dezember. Oh, ja. Oh, ja. Das tun wir.